Zu Weihnachten. Ich wünsche mir gemeinsame Zeit mit der Familie. Zeit für mich. Abenteuer. Mit Freunden. Die Cineplex Geschenkebox erfüllt alle Wünsche. Das beste Geschenk Österreichs schon ab 20 Euro. Das Wetter in Vorarlberg. Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raos. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Der heutige Abend steht wohl bei vielen Menschen ganz im Zeichen von Fußball. Denn in Katar findet das erste Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Kroatien statt. Auch wir beschäftigen uns heute bei Vorarlberg Live mit dem runden Leder, wenn auch nicht direkt mit der Weltmeisterschaft. Bei uns geht es heute um zwei langjährige Vorarlberger Profis vom SCR Altach. Den Torhüter Martin Kobras und den Defensivspieler Philipp Netzer. Sie haben die jüngste Geschichte des Vereins seit 2009 maßgeblich mitgeschrieben. Im November wurden sie beide offiziell verabschiedet. Über zwölf Jahre gingen die beiden Ex-Kapitäne sportlich ihren Weg gemeinsam. Während Netzer nun in anderer Funktion im Verein geblieben ist, begann Kobras im Vorjahr ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch. Außerdem spielt er weiterhin in der VNAT Elite-Liga. Beide sind heute zu Besuch bei mir im Studio. Zuvor blicken wir aber noch nach Dornbien, denn dort steht bald eine grobige Änderung in der Stadtpolitik an. Vizebürgermeister Markus Fessler von der SPÖ gibt sein Amt zur Hälfte der Legislaturperiode ab. Das war nach den letzten Gemeindewahlen so vereinbart worden. In der Stadtvertretungssitzung übermorgen am 15. Dezember soll dafür die grünen Stadträtin Juliane Alton zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt werden. Bei uns ist der bisherige Vize-Fessler, der weiterhin Stadtrat für Tiefbau bleibt, zu Gast bei Vorarlberg Live. Und wir machen heute noch einen weiteren thematischen Sprung und zwar in die Europapolitik. Konkret geht es um den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Ein Thema, das in den vergangenen Jahrtagen für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Aktuell besteht Schengen aus 26 Ländern, darunter Österreich und 22 andere EU-Staaten, sowie Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz und Island. Bald soll auch Kroatien beitreten. Darauf haben sich die zuständigen Minister der Schengen-Staaten Anfang Dezember geeinigt. Im Warteraum sitzen weiterhin Rumänien und Bulgarien. Das geht insbesondere auf ein Veto Österreichs zurück. Innenminister Gerhard Karner blockierte den Schengen-Beitritt und begründete das mit der illegalen Migration nach Österreich. Das Veto ist folgenreich. Insbesondere in Rumänien ist der Zorn groß. Bucharest trifft seinen Botschafter aus Österreich zurück und überlegt sogar eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Es gab auch Boykottdrohungen gegen österreichische Firmen. Zum Beispiel sind auch schon Säfte des Vorarlberger Herstellers Pfanna aus rumänischen Supermarktregalen verschwunden. Über die Konsequenzen der österreichischen Schengen-Blockade und den möglichen Hintergründen spreche ich heute mit Judith Kohlenberger, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie kann ich nun als ersten Gast gleich bei mir im Studio über Zoom begrüßen. Guten Abend, Frau Kohlenberger. Schönen guten Abend. Wir haben es gehört, Österreichs Veto gegen den EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien lässt ja momentan die Wogen hochgehen. Haben Sie denn im Vorfeld damit gerechnet, dass Österreich so entscheiden würde oder war das selbst für Sie als Expertin eine Überraschung? Ich glaube, es war für fast alle auf europäischer Ebene eine Überraschung, weil bisweig in den November hinein hat sich nicht abgezeichnet, dass Österreich dieses Veto einlegen würde. Man hat da genauso wie alle anderen im Mitgliedstaaten Grün es nicht gegeben, weil ja auch die Kommission immer stark betont hat, dass alle drei Länder sämtliche Kriterien für den Schengen-Beitritt erfüllen würden. Ganz am Anfang gab es einen kleinen Schlenk in Richtung Kroatien. Da hat der Innenminister gemeint, er würde dort den Veto einlegen. Das hat man wieder zurückgezogen, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Kroatien ein sehr, sehr beliebtes Urlaubsziel für viele Österreicherinnen und Österreicher ist. Und dann ist man aber bei dem Veto gegen Bulgarien und Rumänien geblieben. Jetzt begründet die ÖVP-Seite der Regierung das zumindest mit der illegalen Migration. Da zitiere ich den Kanzler, solange 25.000 Fremde unregistriert im Osten Österreichs ankommen, ist das ein Sicherheitsproblem und das muss endlich gelöst werden, sagte Karl Nehammer. Wie beurteilen Sie denn diese Aussage? Also einerseits haben wir es da mit einer Zusammenziehung von zwei Themen zu tun, die eigentlich nicht unmittelbar miteinander im Konex stehen. Unabhängig davon, welchen Zahlen man jetzt glauben möchte, und da gibt es ja tatsächlich auf europäischer Ebene zahlliche Widersprüche, weil die Zahlen des Innenministeriums stehen teilweise im eklatanten Widerspruch zu den Zahlen, die die europäische Grenzschutzagentur Frontex veröffentlicht hat. Aber unabhängig davon muss man schon konstatieren, das Schengen-System ist nicht der richtige Adressat und nicht der richtige Schuldige. Wenn wir über die irreguläre Ankünfte sprechen, da geht es eigentlich, wenn überhaupt schon, um das Dublin-System, das de facto nicht mehr angewandt wird oder nur mal schleppend zur Anwendung kommt. Und da geht es auch um eine Reform des europäischen Asylsystems in Form des EU-Migrationspaketes, das seit mittlerweile über zwei Jahren auf dem Tisch liegt, wo aber auch selbst Österreich in zentralen Punkten nicht zustimmt. Jetzt werden wir uns die Migrationsbewegungen anschauen. Führen diese denn überhaupt über Rumänien und Bulgarien? Also wie gesagt, ich kann die Zahlen, die jetzt zurecht vorgelegt wurden von Seiten des österreichischen Innenministeriums, weder verifizieren noch falsifizieren. Ich kann nur festhalten, dass der letzte Bericht der europäischen Grenzschützer-Naturfrontex hier genau dafür geschaffen wurde, um solche Daten zu erheben und Migrationsrumpen festzustellen. Rumänien und Bulgarien gar nicht erwähnt. Da wird weiterhin von der Westbalkan-Route als der zentralsten und aktivsten Migrationsroute gesprochen. Und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe im Atlas, da wurden Bulgarien und Rumänien nicht zu den Westbalkan-Ländern gezählt. Also hier passt etwas nicht zusammen. Das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund einer so gewichtigen europäischen Entscheidung schon problematisch, wenn wir uns nicht einmal auf die Faktenlage einigen können, die die Basis für so eine Entscheidung bringt. Wie sehr schadet denn das Veto Österreich tatsächlich? Momentan scheint ja die Empörung besonders groß zu sein, aber könnte das nicht auch zügig verfliegen, sobald wieder andere Themen an der Tagesordnung stehen? Ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb Österreichs gar nicht rasch verfliegen könnte. Da gibt es einfach noch andere Themen, wie zum Beispiel Inflation, Teuerung, Energiekrise. Was ich aber wahrnehme, ist, dass es in Rumänien und Bulgarien nicht so schnell verfliegen wird. Dort ist es ein riesiges Thema. Sie haben auch schon die Boykotte angesprochen. Da ist ja auch interessant zu sehen, dieser Boykott wurde ja nicht von oben staatlich verordnet, sondern der kommt eigentlich aus der Bevölkerung heraus, die sich selbst jetzt quasi dazu verpflichtet, keine österreichischen Produkte mehr zu kaufen, weil da wirklich der Affront als sehr, sehr groß wahrgenommen wird. Ich glaube, dass sie schon auch in weiterer Folge ein wirtschaftliches Thema für Österreich und vergessen wir nicht, die Rumänen zählen zu den größten Migrantengruppen in Österreich und unser Arbeitsmarkt ist auch ganz massiv von deren Arbeitskraft abhängig. Jetzt viele glauben, dass da auch innenpolitische Motive damit zu tun haben und sprechen von der niederösterreichischen Landtagswahl. Doch wie stufen Sie jetzt diese Schritte auch von rumänischer Seite ein, zum Beispiel, dass man den Botschafter abgerufen hat? Steht Österreich da jetzt wirklich isoliert da? Also auf internationaler Ebene wird schon so wahrgenommen, dass sich Österreich dadurch ein Stück weit isoliert hat. Tatsächlich vermuten manche sogar die lange Hand Putins dahinter. Eine Hinwendung entweder zu den Visegra-Staaten oder zu Russland, eine Wegwendung von der europäischen Einigkeit. Gerade in Zeiten, wo ja diese europäische Solidarität, das eng zueinanderstehen und zusammenstehen, ganz besonders wichtig wäre. Stichwort Aggressor von außen. Ich möchte jetzt noch nicht bewerfen, welches innenpolitische Kalkül dahinter steht. Wie auffällig ist es halt schon, in Österreichs langer Geschichte der Zweiten Republik hat man sehr, sehr häufig Migrantinnen und Migranten und konkret auch Geflüchtete als Sündenböcke ausgewählt. Also dieses Thema eignet sich leider sehr gut, um von anderen, vielleicht sogar größeren Krisenmomenten abzulenken. Jetzt ist aber die Zahl der Menschen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, ist ja heuer deutlich nach oben gegangen. Das zeigen ja auch unter anderem die Zahlen des Innenministeriums. Sie sind Migrationsexpertin. Was sind da die Gründe dafür? Ja, wir haben es da mit Multikausalität zu tun. Wie wir so schon sagen, da kommen mehrere Faktoren tatsächlich zusammen. Was wir jetzt aber bereits wieder sehen in den letzten Wochen ist, dass die Asylantragszahlen doch deutlich zurückgegangen sind. Und das war tatsächlich zu erwarten. Das ist der klassische saisonale Effekt. Wenn die Witterung im Winter irgendwann so schlecht wird, vor allem auf der Westbalkenroute, dass ein Passieren der Grenze zu Fuß gar nicht mehr möglich ist, dann sinken auch die Ankunftszahlen. Das lässt sich jetzt bereits beobachten. Nicht zuletzt auch ist natürlich die Visapolitik Serbiens ganz relevant. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder von den Indern und den Tunesern gehört. Richtung Tunesien wurde die Visapolitik Serbiens schon verschärft. Richtung Indien wird das mit Anfang nächsten Jahres passieren. Und das wird dann auch wieder zu einem Rückgang der Zahlen führen. Jetzt haben Sie es vorher ja schon angesprochen, das Asylsystem auf EU-Ebene. Kann man da eigentlich sagen, dass das gescheitert ist? Das hat ja die ÖVP auch angebracht. Weil immer wieder wird darüber diskutiert, über die Verteilung von Menschen auf EU-Ebene. Aber es scheint nicht wirklich etwas zu passieren. Also der Befund, dass das europäische Asyl und auch das Migrationssystem, möchte ich hinzufügen, an allen Ecken und Enden kracht, das ist kein neuer Befund. Und den teilen wahrscheinlich auch viele europäische Partner. Was schon auffällig ist, ist, dass die österreichische Haltung gegen die Verteilung von Geflüchteten auf EU-Ebene ist. Also dass alle Mitgliedstaaten, auch die Binnenländer, einen entsprechenden Beitrag leisten. Obwohl ja aktuell Österreich ganz massiv von so einer Verteilung profitieren würde, weil wir derzeit mitunter die höchsten Asylantragszahlen in ganz Europa haben. Das ist für mich nicht ganz schlüssig, wie sich diese Haltung hier begründet. Wesentlich, glaube ich, wäre auch, statt Rumänen und Bulgarien zu sanktionieren, dass man den Hauptadressaten ins Auge fasst. Und das ist für Österreich immer noch Ungarn. Weil fast alle Geflüchteten, die nach Österreich kommen, den unmittelbaren Weg über Ungarn nehmen. Und Orbans Regierung, die winkt im großen Stil weiter. Es ist de facto nicht möglich, dem Ungarn einen Asylantrag zu stellen. Der wird dann in Österreich gestellt. Inwiefern hat da auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Situation verschärft? Weil es kommen ja sehr viele Vertriebene nach Europa. Also man muss festhalten, dass ukrainische Vertriebene ja nicht ins Asylsystem gelangen, weil sie kein Asyl beantragen müssen. Sie erhalten ungehend temporären Schutz und wissen, dass sie bleiben dürfen, erhalten auch Arbeitsmarktzugang. Aber natürlich bei der Unterbringungssituation spielt das schon eine wichtige Rolle. Vor allem, weil sehr viele ukrainische Vertriebene zu Beginn privat untergebracht wurden. Und jetzt die privaten Kortiergeber aber merken, mit Inflation, mit Teuerung, mit Energiekrise, da geht sich das alles irgendwann nicht mehr aus. Und da fehlt es auch an staatlicher Unterstützung, unter anderem in Form eines Teuerungsausgleichs, damit weiterhin gerade ukrainische Frauen mit Kindern privat untergebracht werden können. Das wäre eine ganz konkrete Maßnahme, die man sofort treffen könnte und die dann auch ein bisschen den Druck aus dem Grundversorgungssystem rausnehmen würde. Apropos Grundversorgungssystem, da klappt es ja auch innerhalb Österreich nicht gut mit der Verteilung der Flüchtlinge. Zuletzt gab es da auch einen Streit zwischen dem Bund und den Ländern über die Unterbringung der Menschen. Da hat der Bund in Vorarlberg und anderen Ländern Zelte aufgestellt, die nun mittlerweile aber wieder eingepackt wurden. Wie stufen Sie dieses Hin und Her zwischen Bund und Ländern ein? Müssen da die Länder mehr tun oder wo liegt das Problem? Ja, ich sehe da leider eine eklatante Verantwortungsverweigerung schon auf beiden Seiten. Richtig ist, dass zahlreiche Bundesländer außer Wien und Burgenland säumig waren bei der Erfüllung der Grundversorgungsquote. Obwohl man sagen muss, bereits im Frühsommer hat sich diese Situation abgezeichnet. Und es war klar, wenn nicht gehandelt wird, wenn nicht Kapazitäten aufgestockt werden, dann wird man im Herbst Zelte aufstellen müssen und genau so ist es gekommen. Gleichzeitig aber möchte ich schon auch den Bund in die Pflicht nehmen. Der Bund muss natürlich entsprechend Druck aufüben, man muss auf die Bundesländer einwirken. Und ich glaube, der Bund hat auch die Aufgabe, wie gesagt, für Teuerungsausgleich zu sorgen, dafür zu sorgen, dass auch die Tagsätze entsprechend so gestaltet sind, dass sich Quartiergeber überhaupt noch finden, die Grundversorgungseinrichtungen zur Verfügung stellen wollen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage zurzeit. Etwas Entspannung deshalb, weil, wie gesagt, die Asylantragszahlen zurückgehen. Aber ich würde nicht Entwarnung geben. Wir wissen auch nicht, wie sich in diesem Winter die Fluchtbewegung aus der Ukraine weiterentwickeln wird. Sie haben gemeinsam mit der Asylkoordination Dreiskirns Bürgermeister Andreas Babler und der Schauspielerin Katharina Stemberger gefordert, dass säumige Bundesländer Strafzahlungen leisten sollen. Damit soll der angekündigte Teuerungsausgleich für die Quartiergeber finanziert werden. In Vorarlberg argumentiert die Landespolitik aber immer damit, dass es ja gar keine Bundesquartiere gäbe, die mit eingerechnet werden und die Lebenserhaltungskosten viel höher seien. Ist das denn, ist das von der Hand zu weisen? Also ich glaube, es gibt hier zahlreiche Problemlagen, wo wir sehen, dass einfach diese Art des Systems, wie wir es in Österreich haben, derzeit nicht wirklich nachhaltig ist. Man muss jetzt einen Schritt nach den anderen gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die säumigen Bundesländer in die Pflicht genommen werden. Das geht leider nur mit Sanktionen, weil man kann nie bitten und betteln, aber dann wird häufig nichts passieren. Also ich glaube, Sanktionen sind eine Möglichkeit und ich finde deshalb den Teuerungsausgleich so zentral, weil das auch die privaten Quartiergeber denen zugutekommen würde. Und die sind diejenigen, die einen ganz großen Anteil der sogenannten Belastung durch vertriebene, aber auch asylwerbene Schultern, die ja nicht nur finanziell dazu hochgeschreckt, sondern die ja auch emotional wahnsinnig viel investieren, wenn sie zum Beispiel eine geflüchtete Familie bei sich aufnehmen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund wäre es ja nur sinnvoll und ich glaube auch menschlich verständlich, gerade diese Personen aus der Zivilbevölkerung, die so viel leisten, auch zumindest monetär abzugeben. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger erster Schritt. So, eine letzte Frage habe ich noch und vielleicht nochmal zurückkehrend auf die Schengenerweiterung. Wie glauben Sie, geht es denn jetzt weiter? Wann könnte es denn zum Beitritt von Rumänien und Bulgarien kommen? Ja, auffällig ist ja, dass Österreich sein Veto anfangs gar nicht mit konkreten Bedingungen verknüpft hatte. Also es war nicht ganz klar, was muss denn jetzt passieren, damit Österreich zustimmt. Mittlerweile haben wir fünf Punkte erhalten von Seiten des Innenministeriums, die man umgesetzt sehen möchte. Das sind sehr breite Punkte, also wie zum Beispiel Asylverfahren in Kriegsstaaten durchführen oder Außengrenzschutz stärken oder sogar eine Möglichkeit der legalen Zurückweisung von Asylwerbenden. Das ist alles sehr, sehr diffiziles rechtliches Terrain. Da bin ich mir nicht sicher, dass das schnell umgesetzt werden wird können. Gleichzeitig wird man natürlich mit Anfang des nächsten Jahres die Verhandlungen wieder aufnehmen. Und ich denke auch, dass das Thema in den betroffenen Ländern, Rumänien und Bulgarien, weiterhin sehr nützig bleiben wird. Frau Dr. Kohlenberger, vielen Dank für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Vorarlberg nach Wien. Sehr gerne, liebe Grüße nach Wien. Und wir wechseln nun das Thema und blicken in die Kommunalpolitik, genauer gesagt nach Dornbirn. In der rund 50.000 Einwohner Stadt, der größten in Vorarlberg, kommt es in Kürze zu einem Wechsel. Nach zwei Jahren als Vizebürgermeister zieht sich Markus Fessler von der SPÖ von dieser Aufgabe zurück. In der Stadtvertretungssitzung am 15. Dezember soll Juliane Althorn von den Grünen zur neuen Vizestadtschefin gewählt werden. Das ist von SPÖ, Grünen, FPÖ und NEOS im Vornherein so vereinbart worden. Bei uns in der Sendung kann der Tiefbau-Stadtrat Fessler nun eine Art Zwischenbilanz ziehen. Ich begrüße den bisherigen Vize von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Fessler. Danke, Frau Rauersen. Wunderschönen guten Abend. Ja, Sie bleiben Stadtrat für Tiefbau, geben Ihr Amt als Vizebürgermeister aber ab. Wir haben es gehört. War das eine schwierige Entscheidung für Sie? Es war insofern eigentlich keine schwierige Entscheidung, da ich ja schon zu dem Zeitpunkt wusste, als ich zum Vizebürgermeister gewählt wurde, dass nach zwei Jahren und drei Monaten ein Ablaufdatum ist. Also von dem her war es keine schwierige Entscheidung. Sie haben sich das auch nicht nochmal neu überlegt. Das war klar für Sie, dass Sie... Das war für mich im Vorhinein klar, da ich zu meinem Wort ganz klar stehe und dieses Wort auch gegeben habe vor zwei Jahren. Kommt es übermorgen denn jetzt zur Wahl von Juliane Alter und wird zumindest Ihre Fraktion geschlossen für sich stimmen? Meine Fraktion wird geschlossen, Juliane Alter und unterstützen. Und ich gehe auch davon aus, dass die NEOS und die FPÖ dieses auch tun werden. Was ist denn aus Ihrer Sicht in den letzten beiden Jahren in der Stadtpolitik erreicht worden? Was sind denn da die Meilensteine? Also wir hatten in der Stadtpolitik wirklich sehr, sehr große Herausforderungen in den letzten Jahren, wenn wir rein nur an die Covid-Pandemie zurückdenken und auch natürlich die Herausforderungen durch die Energiekrise und jetzt Wirtschaftskrise im Zuge der Ukraine-Konfliktes. Aber wir haben dennoch einiges Gutes erreicht und da möchte ich besonders herausheben, die Rappenlochbrücke, wo wir diese Woche schon zu den Vorspannarbeiten gekommen sind. Das heißt, jetzt kann dann in weiterer Folge das Leergerüst ausgebaut werden. Das ist das rote Stahlgerüst, das so sehr prominent unterhalb der Brücke ist. Und dann die Brücke, auch die weiteren Bauermeisterarbeiten durchgeführt werden. Und dann dürfte die Brücke, so weit nichts dazwischen kommt, im Frühjahr oder im Frühsommer 2023 wirklich befahrbar sein. Da will ich später eh nochmal genauer darauf zu sprechen kommen. Jetzt zuerst noch den Haushaltsvoranschlag, der kürzlich präsentiert wurde. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann spricht von einem schwierigen Zahlenwerk. Es musste in allen Abteilungen massiv eingespart werden. Noch vor vier Wochen hieß es, dass ein Loch von 12 Millionen Euro im Budget klaffte. Dennoch investiert die Stadt gleichzeitig so viel wie noch nie, nämlich knapp 51 Millionen Euro. Also 5 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Wie passt das denn zusammen? Das muss natürlich etwas relativiert betrachtet werden. Weil in den letzten Jahren haben wir einfach eine grob durchschnittliche Steigerung gehabt von 2,5 bis 3 Prozent in der Inflation. Jetzt sind wir natürlich gerade beim Baukostenindex, gerade bei mir im Tiefbau, bei fast 20 Prozent. Oder besser gesagt zwischen 15 und 20 Prozent angekommen. Das heisst, diese 50 Millionen Investitionssumme relativieren sich natürlich dort dabei. Und den Kanal müssen wir sanieren. Schulen müssen wir bauen. Oder die Schule, gerade Schule Vorach, die muss gebaut werden. Die ist dringend notwendig. Also von dem her, es ist zwar vom Zahlenwerk ein nominelles Rekordbudget, aber was wir schlussendlich wirklich investieren, ist es natürlich um einiges, würde ich sagen, differenzierter oder weniger zu betrachten wie in den vergangenen Jahren. Wie stark, Sie haben es ja eh schon kurz angesprochen, aber wie stark leidet denn Dornbien unter den Energiekosten? Also ich kann es nur als Beispiel sagen, bei mir im Tiefbau, da fällt die Straßenbeleuchtung drunter, da haben wir wirklich mit dem Menschenkostensteigerungen im Bereich bis zu eineinhalb Millionen Euro zu rechnen. Also das ist schon, davor haben wir circa 300.000 Euro bezahlt an Stromkosten. Jetzt sind wir im Bereich von 1,2 bis 1,3 Millionen Euro, von denen wir ausgehen. Also das ist schon eine immense Kostensteigerung. Das heisst natürlich, dass dann andere Projekte zurückgestellt werden müssen. Jetzt ist im Budget eine Million Euro für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LEDs vorgesehen. Das fällt ja in Ihre Ressource, Sie haben es gesagt. Wie weit ist Dornbien denn da schon? Dornbien ist dort mit Vollgas daran, weil das ist natürlich wirklich erstens mal ein extrem hohes Energieeinsparungspotenzial. Das heisst, dort können wir Kosten reduzieren. Das nächste ist auch der Faktor Umwelt, Umweltschutz ist natürlich wirklich diese Umstellung ganz, ganz wichtig, weil durch den weniger Verbrauch von Energie setzen wir auch oder helfen dabei, dass weniger CO2 freigesetzt wird. Also wir sind da Vollgas dran und sehr motiviert dabei. Ein großer Posten, das haben Sie ja auch schon angesprochen, ist die Rappenlochbrücke. Diese wird ja voraussichtlich im Frühjahr fertig oder Sie haben gesagt, sie wird fertig. Ursprünglich hieß es, hätte es ja noch vor diesem Winter der Fall sein sollen, Corona, Fachkräftemangel etc. Das haben Sie auf Mai verschoben. Werden denn die Kosten eingehalten? Bei den Kosten haben wir natürlich auch mit Steigerungen zu rechnen. Ja, das ist klar, das waren allein schon die Materialkosten und Energiekosten, die dazu gekommen sind. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir im Großen und Ganzen die Kosten einhalten können. Halt mit natürlich auch diese Baukostensteigerung, die wir hatten in den letzten oder letzten zwölf Monaten. Stichwort Volksschule Vorreich. Da sind die Kosten, da die Kosten, die Mittel aus dem Budget übersteigen, gibt es da ein Problem. Eine komplette Neuplanung ist aber nicht möglich. Die Bürgermeisterin hat zuletzt gesagt, eine Lösung sei gefunden. Der Kostenrahmenbetrag ist nun 28 Millionen Euro. Sie haben die Zustimmung der SPÖ zum Budget davon abhängig gemacht, dass die Schule rechtzeitig und ohne Abstriche gebaut wird. Stimmen Sie denn im aktuellen Planungsstand zu oder was ist da jetzt die... Also wir haben gerade das letzte Mal miteinander, oder wurde darüber gesprochen, wie der Planungsstand aussieht. Und es gibt dazu wirklich gute Lösungen. Das heißt, es konnten die Kosten stark reduziert werden. Die 28 Millionen, die sich die Bürgermeisterin berichtet haben, das dürfte jetzt ungefähr der Stand sein. Und es ist natürlich immens wichtig, dass wir diese Schule umsetzen. Denn, was ja nicht viele wissen, diese Schule ist schon im Betrieb. Diese Schule ist in der Mittelschule Haselstauden schon im Betrieb, war zuvor in der Ausweichsschule, wird nächstes Jahr wieder in die Ausweichsschule zurückkehren und ist mit September 23 im Vollbetrieb. Also ich gehe davon aus, dass wir dort über 160 Kinder in dieser Schule haben. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, ob wir diese Schule uns leisten können. Wir brauchen diese Schule. Wir müssen diese Schule machen und wir dürfen das nicht weiter verzögern. Das nächste, was auch noch dabei wichtig ist, wenn wir Ganztagesklassen, Ganztagesunterricht, also vor allem mit verschenktem Unterricht, wenn wir das anbieten wollen, Das können wir zum Beispiel derzeit im Bezirk Hartlerdorf, Dornbirns Süden, also Richtung Hohenems, das können wir noch nicht anbieten, weil wir das Raumprogramm noch nicht wirklich zur Verfügung haben bei den Volksschulen. Das heißt, wir brauchen diese Ausweichsschule unbedingt, damit wir auch dann wieder quasi die nächste Schule dort hineinbringen und die Schule wieder den pädagogisch konformen neuen Richtlinien anpassen können, diese Umbaumaßnahmen durchführen können. Aber wird das ohne Einsparungen gehen? Das wird nicht ohne Einsparungen gehen. Man muss einfach nur dabei sagen, die Frage ist, wie oder für was geben wir das Geld aus. Es wird auch in den nächsten Jahren, werden wir damit rechnen müssen, dass es nicht mehr Geld gibt. Ich habe mir heute aktuell die Zahlen angesehen. Die OECD geht davon aus, dass wir nächstes Jahr quasi ein Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent haben. Letztes Jahr sind sie noch von 2,5 Prozent ausgegangen. Da der Arbeitsmarkt so ausgetrocknet ist, gehe ich jetzt davon aus, es wird die Arbeitslosigkeit nicht immens ansteigen nächstes Jahr. Aber es sind die Steuereinnahmen nicht da. Die Baukosten, die werden so hoch bleiben. Also, dass die Niederkrieger werden, glaube ich nicht. Aber das heißt, auch die Steuereinnahmen, die waren ja über die ökosoziale Steuerreform der Bundesregierung, sind die zurückgegangen. Da nämlich 13 Prozent müssen die Gemeinden dort aufbringen dafür. Also das heißt, die Gemeinden sind etwas an der langen Hand verhungert, so gesehen, aus meiner Sicht. Das heißt, es wird nicht genug Geld da sein. Und dort ist die Frage, wo investieren wir das Geld? Da ist es ganz klar für mich, in die Bildung, in die Infrastruktur, denn die brauchen wir für die Arbeitsplätze. Und natürlich auch für die Freizeitgestaltung der Menschen. Und das heißt in den Sportanlagen und solche Geschichten. Jetzt soll am Donnerstag die Stadtvertretung die Gebühren für Müll, Friedhof, Wasser und Abwasser neu festlegen. Was halten Sie denn da für verträglich in Zeiten der Inflation? Das ist immer sehr, sehr schwierig. Natürlich wäre man am liebsten dabei und würde die Kosten reduzieren, weil man möchte ja die Menschen direkt entlasten. Aber die Problematik ist, wir brauchen natürlich diese, das ist ein geschlossener Gebührenhaushalt, heißt das, wir brauchen diese finanziellen Mittel im Kanal, damit wir den Kanal rein nur sanieren können. Damit wir den Kanal auch weiterhin ausbauen können. Das heißt auch jeder Häuslebauer, jedes Wohnprojekt, das angeschlossen wird, da ist der Beitrag zu entrichten. Der reicht aber nicht ganz, um den Kanal zu erhalten, anzuschließen, sonstige Kosten, wo dort einfach darauf zukommen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir zumindest mit der Inflation mitgeben. Wir schaffen es durch das, dass wir zum Beispiel die Müllgebühren und die Wassergebühren weniger stark anheben, dafür aber die Kanalgebühren etwas stärker anheben, dass wir im Mittel im Bereich von der Inflation bleiben. Jetzt ein Projekt, das die Bürgermeisterin im vergangenen Jahr aufs Tapet gebracht hat, ist ein neuer Badesee für Dornbirn. Da würden jetzt mehrere Varianten geprüft, hat sie bei Frau Alberg-Leifer mal gesagt. Was sagen Sie denn Sie als Stadtrat zu diesem Ansinnen? Braucht Dornbirn unbedingt einen See, gerade jetzt in diesen angespannten Zeiten? Grundsätzlich klingt die Idee, ein Badesee, eine Markthalle, einen neuen Fußgänger-Radwege-Übergang über die Dornbirn-Arahe zu machen, das klingt traumhaft. Und grundsätzlich bin ich auch schwer dafür. Nur die Frage ist wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, können wir uns das leisten? Wie gesagt, zuerst ist es immer wichtig, dass wir in Bildung und in die Infrastruktur investieren. Und wenn dann noch ein Geld übrig bleibt, weil die Wirtschaft sich sehr gut entwickelt, völlig überraschend, dann kann man sich das einzelne Projekt ganz genau ansehen und dann sehe ich auch, ob wir das unterstützen oder nicht unterstützen. Das gilt auch für die Markthalle in dem Fall. Bei der Markthalle ist das sowieso so eine Geschichte, da geht es mir darum, da will ich wirklich einmal Konzepte sehen, wie man sich das vorstellt, wie viel das die Stadt Dornbirn kostet und dann können wir überhaupt darüber weiterreden, wie wir das weiterentwickeln können. Als sogenannter Hotspot schlechthin gilt der Dornbirner Bahnhof. Wie geht es da mit der Entwicklung des Bahnhofsquartiers weiter? Können Sie uns da schon etwas verraten? Also dort wäre es einfach ein Wunsch von meiner Seite, dass natürlich das Bahnhofsquartier, das beinhaltet auch das Schlachthaus, dass das natürlich weiterentwickelt wird. Und vor allem, und da ist es mir ganz wichtig, damit das nicht mehr so ein Hotspot wäre, dass man dort wirklich die Entwicklung macht in dem Bereich Wohnen, Arbeiten, aber auch Freizeit. Denn wenn ich im Prinzip 24-Stunden-Betrieb an diesem Ort, in dieser Umgebung habe, dann ist es natürlich auch so, dass diese Gegend für, ich sage jetzt, schwieriges Klientel uninteressant wird. Also dann wird das auch wesentlich besser. Das andere ist natürlich bezüglich des vermeintlichen Hotspots Dornbirnen Bahnhof. Man darf nicht vergessen, Dornbirnen Bahnhof ist einfach die größte öffentliche Verkehrsdrehscheibe in Vorarlberg, wo wir wirklich ganz, ganz viele Leute haben, die dort tagtäglich hausend eingehen. Ich übrigens auch, ich arbeite als Rennerinstitutsleiter in Bregenz und fahre tagtäglich mit dem Zug hinunter. Wenn ich ins Rathaus gehe, fahre ich natürlich mit dem Zug von Bregenz zurück. Da muss man schon eines sagen, dort ist es mir vor allem wichtig, dass man dem mit zwei Punkten begegnet. Einmal ist es gut, die Bundespolizei ist vor Ort und die Stadtpolizei ist vor Ort für die Kontrolle. Und das Zweite, was man aber nicht vergessen darf, es ist ganz wichtig, dass stark in Streetwork investiert wird. Das heißt, man muss mit den Menschen, mit den gewissen Klientel, das teilweise als unangenehm empfunden wird und teilweise auch unangenehm sein kann, natürlich, habe ich auch schon erlebt, so gesehen, ist es wichtig, dass man mit ihnen arbeitet. Das heißt, dort wirklich auch Streetwork hinschickt und schaut, dass man die Probleme verbessern kann. Jetzt sucht das Land händeringend nach Quartieren zur Flüchtlingsunterbringung. Die Bürgermeister hat zuletzt bei Vorarlberg live von bis zu drei Hallen gesprochen, die in Dornbien geprüft würden. Können Sie uns da schon etwas Neues verraten? Das Einzige, was ich definitiv dort dazu sagen kann, ist, diese Hallen befinden sich nicht in der Messe. Gut, bei der Messe hat es auch keinen Sinn, weil dort haben wir immer noch nach wie vor die Covid-Pandemie-Zentrale, salopp gesagt, drin. Und natürlich werden auch die Messen durchgeführt. Das andere, was für mich bei der Messe oder der Messeumgebung nur denkbar gewesen wäre, wäre gewesen, wenn es ganz viele Leute in einem sehr kurzen Zeitraum gegeben hat, damit sie eine Möglichkeit haben. Denn ich finde die Zeltaktion des Bundes etwas als grauselig. Wir sehen das Wetter derzeit, es ist bitterkalt. Und dann bringt man, egal, Menschen muss man dann nicht in Zelten unterbringen, nicht in Vorarlberg. Ein Containerstandort in Dornbitt, wäre das aus Ihrer Sicht denkbar? Da kommt es aber auch genau darauf an, wo der hinkommen würde. Ich bin auch nicht unbedingt für ein Großquartier, sondern ich bin der Meinung, man muss das wirklich ansehen, auch allein nur wegen der Infrastruktur. Denn ich weiß ja nicht, was kommt jetzt in den nächsten Jahren, Tagen, Monaten auf uns zu. Wenn es Familien sind, dann muss man natürlich auch darauf schauen, dass die gut in den Schulen integriert werden können. Das heißt, ein Großquartier, da bin ich dagegen. Man muss schauen, dass man kleinere Quartiere finden kann für die Flüchtlingsbetreuung. Vielleicht noch als letzten Punkt. Die Vorarlberger SPÖ, Ihre Partei sucht ja eine neue Chefin, einen neuen Chef. Sie haben das wahrscheinlich schon recht oft gehört. Aber wie geht es da jetzt weiter? Da sind wir, also auf der Suche sind wir nicht. Es gibt natürlich Leute, wo man auch sicher schon Gespräche geführt hat. Dort sind wir natürlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das testen wir ganz genau ab, das schauen wir uns ganz genau an. Und dann wird der Landesparteivorstand darüber entscheiden, wer die neue Spitzenkandidatin für die Zukunft sein wird. Und ich freue mich dann schon darauf, mit dieser Person wahlkämpfen zu dürfen. Und ich kann es auch dazu sagen, ich werde es definitiv nicht sein. Okay, vielen Dank für die Klarstellung und den Besuch im Studio. Und bei uns geht es in der Sendung nun weiter mit zwei langjährigen Fußballprofis. Der Torhüter Martin Kobras und der Defensivspieler Philipp Netzer sind im November offiziell vom SCR Alltag verabschiedet worden. Nun hat sich für die beiden einiges verändert. Kobras spielt im VNAT Elite-Liga-Club FC Rotenberg und hat ein Studium an der Pädagogischen Hochschule begonnen. Netzer bleibt den Alltagern weiterhin treu. Er durchläuft verschiedene Bereiche in der Geschäftsstelle, ist zudem Co-Trainer der Juniors-Mannschaft. Beide sind heute zu Gast bei mir im Studio, um über ihre bewegte Karriere und die weiteren Pläne zu sprechen. Herzlich willkommen Philipp Netzer und Martin Kobras. Hallo. Hallo. Vielleicht eingangs eine Frage an Sie beide. Wie präsent ist bei Ihnen noch der 6. November, der Tag der offiziellen Verabschiedung anlässlich des Heimspiels von Alltag gegen Sturm Graz? Wer möchte beginnen? Ja. Ja, sehr präsent. Also war ein sehr emotionaler Abschied und mit einer Wahnsinnschoreografie von unseren Fans möchte ich an der Stelle noch ein Dank sagen. Für die Arbeit, die Sie sich da auch da haben. Also war wirklich genial. Und die Stimmung, ja, vor fast ausverkauftem Haus war sensationell. Ja, dem Ganzen kann ich mich, Entschuldigung, dem Ganzen kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also war wirklich ganz ein toller Abschied, was die Fans sich da einfallen lassen haben und der gesamte Verein natürlich. Und speziell die Verabschiedung mit dem Kobi gemeinsam war schon ganz was Besonderes. Verabschiedung gibt es nochmal im Lerber von einer Profikarriere und die gemeinsam mit dem Kobi da im Schnabelholz mit der Lerber zum Lürfen war schon riesig. Welche Erinnerungen gibt es denn bei Ihnen noch an den Sommer 2009, als Sie die Verträge in Altdach unterschrieben haben? Ja, ich bin ein bisschen später gekommen. Bei mir war es eineinhalb Monate, nachdem der Kobi schon bei Altdach war. Und wir haben uns schon vorher kennt natürlich aus gemeinsamen Auswahlzeiten, Vorarlberg-Auswahlzeiten. Und ich habe mich eigentlich gleich wohlgefühlt. Natürlich bekannte Gesichter, einige Vorarlberger auch schon damals im Team. Und ja, war irgendwie vorzeichneter Weg da in Altdach für uns zwei. Ja, also für mich war es eine Rückkehr aus Graz. Und ich glaube, Altdach ist damals abgestiegen von der Bundesliga in die zweite Liga. Und ich war, glaube ich, der Erste, der unterschrieben hat. Also es war ein ziemlicher Umbruch mit vielen jungen Spielern, wo einige Freundschaften entstanden sind und bis hin blieben sind. Und unter anderem ist dann der Herber, wie der Philipp erzählt hat, nachgekommen. Und ja, dass wir dann der Werk so lange gemeinsam gehen können, macht uns beide auch stolz. Und es ist genial, wenn man sich mit einem Freund identifizieren kann. Ich bleibe bei den Fragen an Sie beide vorerst. War die Entwicklung, wie sie in den letzten 13 Jahren war, war die für Sie voraussehbar? Oder ist denn doch im Endeffekt alles ganz anders gekommen, als Sie gedacht haben? Vielleicht, Herr Netzer, zuerst. Ja, was das Sportliche, das Wirtschaftliche angeht, ist es natürlich so nicht zum Seanaxie. Also das ganze Stadion, die Infrastruktur, wie sich das entwickelt hat. Und aktuell sind wir jetzt gerade dran, dass ein Nachwuchscampus entsteht. Also an das war sicherlich damals nicht zum Denken. Genauso das Sportliche mit der Europa League Qualifikationen, die wir zweimal spielen haben dürfen gemeinsam. Ich denke, dass man sich das so nicht ausmalen hat können vor 13 Jahren. Aber kontinuierliche Arbeit macht sich bezahlt. Der Verein steht wirtschaftlich gesund da. Das Stadion entwickelt sich wieder, die Mannschaft entwickelt sich wieder. Der Betreuerstaff entwickelt sich wieder. Und von dem her kann man schon stolz sein, dass wir zwei, da spreche ich jetzt auch für Martin, dass wir da einen Teil von der Entwicklung mitmachen dürfen. Können Sie uns denn schon verraten, am 17. Dezember wird in der Cashpoint Arena das Weihnachtsingen stattfinden. Werden Sie dabei sein? Also ich habe mir schon die Tickets gesichert. Ich war das erste Mal nicht dabei. Jetzt haben wir es dann zweimal, glaube ich, nicht haben dürfen. Ja, ich freue mich, dass ich mit meinen Kindern und meiner Frau da reingehen werde. Vielleicht die ein oder andere Freunde werden auch noch mitgekommen. Und ich bin schon gespannt, was für eine Stimmung da herrscht. Wird es hier einmal eine andere sein, wie man es gewohnt ist? Werden Sie dabei sein? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Wenn ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen darf, denke ich, dass das ein ganz tolles Event ist, das wir da in den Alltag haben. Wir haben es jetzt einmal veranstaltet. Da waren 3000 Mitsinger im Stadion. Wir haben das damals übernommen. Christoph Lengli, Geschäftsführer, war da bei Union Berlin, die das eigentlich so gestartet hat. Und jetzt am Wochenende war gerade in Dortmund, da bei Borussia Dortmund, das ganze Stadion voll mit 71.000 gefüllt. Und von dem her kann ich es noch jedem empfehlen, da am Samstag ins Stadion zu kommen, am 17.30 Uhr beginnen. Und man muss auch nicht Text sicher sehen. Es gibt ein Büchle, wo der Text im Diener steht. Also ich glaube, dass es ein ganz tolles Event ist. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Mitsinger dabei sind, wie bei der ersten Veranstaltung. Bleiben wir gerade kurz bei Ihnen. Wie war denn der Übergang vom Spieler zum jetzt Co-Trainer der Juniors-Mannschaft und zum Mitglied der Scouting-Abteilung? Und in welcher Rolle sehen Sie sich eher? Ja, der Übergang war eigentlich relativ einfach. Natürlich bedingt durch das, dass ich mich schon heimisch fühle im Alltag. Und die Kollegen haben es mir richtig leicht gemacht. Natürlich ganz was anderes. Viel, viel Zito im Büro, vor dem Computer. Ist mir als aktiver Spieler natürlich nicht gewohnt. Freut mich natürlich umso mehr, dass ich den noch am Arbeiten mit der Mannschaft der Juniors auf dem Platz statt kann. Also doch noch nicht ganz weg bin vom Aktiven. Und von der mir die Kombination passt perfekt. Und ich freue mich auf die Zukunft. Welchen Rat oder welche Erfahrung können Sie jungen Spielern mit auf den Weg geben? Ich denke, dass das wirklich ganz individuell ist. Der andere braucht vielleicht mehr das Gespräch. Der andere, ja, Zuspruch, Mut. Der andere braucht vielleicht auch mal eine konstruktive Kritik. Da sind die Spieler sehr, sehr verschieden. Also jetzt merke ich es dann noch mehr, weil ich natürlich dann auch mit der Spieler tagtäglich im Gespräch bin. Und er am Platz, dann auf die Beine schon. Also das Ganze individuell. Trotzdem grundsätzlich natürlich am Ball lieber viel trainieren natürlich. Dementsprechend auch der Lebensstil. Anpasser, die Lockerheit, aber trotzdem nicht verliere. Und ja, wenn das Talent natürlich passt, dann können es die Jungen schaffen. Martin Kobras, Ihr Abgang von Altdorf ist nicht reibungslos verlaufen. Mit einem Jahr Abstand sind denn die Wunden jetzt geheilt? Ja, vergessen wird man es hier nicht ganz. Aber ja, ich habe ein paar gute Gespräche mit Vereinsverantwortlichen geführt. Und ja, wir haben, glaube ich, alle versucht, eine gute Lösung zu finden. Und ja, ich gehe mal gerne wieder auf Altdorf hoch. Und möchte in Zukunft auf jeden Fall auch mehr Spiele verfolgen. Sie haben an der PH ein Studium begonnen, Mathe und Geschichte. Hat Sie denn der Job des Lehrers schon immer interessiert? Ja, als ich vor der Stunde Graz abgegangen bin, habe ich mich schon für das Lehrersstudium auch gemeldet. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich wirklich ein Profi werde. Ja, jetzt bin ich doch 15 Jahre später doch nicht in das Lehrersstudium eingestiegen. Und ja, ich denke, dass ich es gut mit kleinen Kindern kann. Und ja, ich bin sicher ein Typ, der sich das einfach gut vorstellen kann. Im Gegensatz zu Philipp Netzer sind Sie ja weiterhin aktiv im Fußball und spielen auch in der VNAT Elite-Liga für den FC Rotenberg. Haben Sie noch immer Spaß am Fußball? Ja, definitiv. Also ich bin zu meinem Heimatverein zurückgekehrt. Wir haben im Frühling einen großen Erfolg eigentlich feiern können für so einen jungen Verein. Man hat ja Lingenau lange nicht zusammengelegt und hat den FC Rotenberg gegründet. Und ja, dafür dann mit ein paar Kollegen zusammen spielen. Der Sport selber tut mir auch sehr gut. Zum Kopfhoffrei kriegen noch am Abend, noch am Studieren oder am Lernen. Und ja, aber der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Können Sie sich auch vorstellen, in Zukunft vielleicht als Tormantrainer zu arbeiten? Vielleicht auch im Alltag? Alles ist möglich. Aber ich denke, es ist für mich auch ganz gut gewesen, jetzt einfach den Schritt rauszumachen. Also Profifußball, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich habe schon ein paar Trainerlizenzen gemacht, bin auch beim Tormantrainer Diplom dran. Und ja, was die Zukunft bringt, wird sie weisen. Nochmal eine Frage an Sie beide. Beginnen vielleicht mit Herrn Netzer. Heute und morgen finden ja in Katar die beiden Halbfinale-Spiele statt. Was ist da Ihr Tipp? Wer wird heute Abend gewinnen? Ich glaube, es ist ganz schwierig. Wenn man die letzten Ergebnisse der WM jetzt auch anschaut, denke ich, ist es ganz schwierig, um da irgendeine Tendenz abzuleiten, wer da gewinnen könnte. Aber ich denke trotzdem, dass Argentinien der Favorit ist, als Favoriten das Spiel geht. Kroatien wehrt sich immer sehr gut, hat trotzdem in der Offensive Spieler den Unterschied machen können. Trotzdem denke ich, dass das Finale, den schlussendlich Argentinien gegen Frankreich sie wird. In der man sich dann noch in Frankreich durchsetzen wird, weil sie einfach die meiste Qualität in der Mannschaft haben. Sehen Sie das ähnlich? Da kann ich vielen wirklich zustimmen. Ja, für mich trotzdem ein Wahnsinn, was Marokko gleich schon hat, mit der Leidenschaft, mit der Disziplin. So wie zum Kau erinnert mich ein bisschen an Griechenland 2004. Die natürlich jetzt immer eine krasse Außenseiter sind und denen man aber mit der Meinung nach alles zutrauen kann, wenn der Spielverlauf passt. Dennoch denke ich auch, dass Argentinien wiederkommen wird. Und ich bin gegen Frankreich, gell? Dass Frankreich wiederkommen wird. Aber auch Argentinien gegen Kroatien sind trotzdem als leichter Favorit. Auch wenn Kroatien sehr unaufgeregt spielt und eine brutale Turniermannschaft geworden ist. Aber alles ist möglich. Aber ich tippe auf Finale Argentinien-Frankreich. Wie stehen denn Sie grundsätzlich zur WM in Katar? Sehr viele Menschen haben das ja sehr stark kritisiert. Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, dass es schon nicht ganz so glücklich war, dass man die WM dort auch nicht verlegt hat. Und wenn man da hört, die ganzen Nebengeräusche, ist es schon ein Wahnsinn, dass sie dort stattfindet. Aber ja, ich denke, man hat trotzdem jetzt den Sport drüber gestellt und der eine oder andere hat da Zeichen gesetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die nächste WM in Mexiko, Kanada und USA stattfindet. Wie sehen Sie das, Herr Netzer? Ja, es ist natürlich ähnlich. Trotzdem denke ich, dass man da schon deutlich früher dann auch anfangen hätte sollen, das zum Sanktionieren. Und nicht zwei Wochen vor der WM ist dann doch ein bisschen zu sehr Alibi meiner Meinung, dass sich dann auch Mannschaften und Spieler so positionieren, um vielleicht auch Eigenwerbung zu machen und um sich in ein kurzes Licht zu rücken, denke ich, dass das dann einfach zu spät ist. Und wenn man das früher macht, ist es natürlich legitim, um sich so zu positionieren und auch okay, weil, wie wir alle wissen, Menschenrechte nicht gerade groß geschrieben werden in diesem Land. Und dementsprechend finde ich natürlich die Entscheidung ein bisschen oder sehr zweifelhaft. Wie gesagt, die WM hat man nicht vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten vergeht, sondern es ist doch schon einige Jahre her und ich denke, dass man dort die richtigen Schritte hätte setzen sollen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Halten Sie eigentlich noch gegenseitig Kontakt miteinander und werden Sie das auch weiterhin tun? Werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben regelmäßig, natürlich nicht mehr so in dem Austausch wie zu aktiven Zeiten, aber wir haben uns jetzt zweimal auch begegnet in der VN Elite-Liga, einmal mit einem glücklichen Ende für die Altdacher im letzten Spiel im Herbst für Rotenberg. Das ist mit einem Erfolgserlebnis nochmal die Saison abgeschlossen, aber wir werden uns wahrscheinlich im Frühjahr wiedersehen auf dem Platz. Herr Netzer, Herr Kobras, vielen Dank für das Interview und weiterhin alles Gute. Danke, vielen Dank. Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Herzlichen Dank auch im Namen des Vorarlberg-Liveteams fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend, sei es mit der Weltmeisterschaft oder ohne. Machen Sie es gut und schalten Sie doch morgen wieder ein, wie immer auf voller.tv, n.at und lernle.tv. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020